Hallo, hier ist Martin von Moneymonkeys, das ist die DAX-Analyse für den Montag, den 08.07.2024 und unser DAX hat am Freitag ordentlich gescheut vor seinem Bereich an der 600, an der 15.600, 18.600 und wenn wir uns nochmal zurückerinnern, was wir so ein bisschen sehen wollten, hatten wir gesagt, unser DAX hätte schon das Potenzial auch oben raus zu gehen. Erstmal hoch in die 5.80.600 reinzusteigen und ich hatte auch gesagt, dass ich ihm das eigentlich nicht zutrauen würde, dass er dann am Freitag schon die 700 erreicht, beziehungsweise ja, es wäre möglich gewesen, aber wir hätten gesagt, dass er eher die 18.600 erstmal zum Freitag bedient und dann die 18.700 für den Montag übrig lässt. Wichtig sollte eben auch sein, dass er von oben kommt, diese 4.60, 4.50 gehalten kriegt, dass er das verteidigt bekommt und sich da wieder aufdrehen kann. Das haben wir auch gesehen, auch wenn es von der Reihenfolge vielleicht ein bisschen anders war, wie es der Meister oder wie es erwartet war. Also das hätte auch vorher reinkommen können, dass er hier einfach FIFA schon mal abtretet und von dort dann hochsteigt. Dennoch hat diese Abwärtsbewegung viele, glaube ich, ziemlich verunsichert am Freitag, die dann das schon so wieder ein bisschen wie so einen Abbruch gesehen haben, auch weil die Tageskarte so beschissen aussieht vom oberen Tagesband und das sieht wirklich hässlich aus. Aber rein auf der Ebene, was wir besprochen haben, was wir sehen wollten, haben wir gesehen, dass über die 4.60 raus ist, da sind die 600 rein. Die 600 soll es zum Freitag erreichen, noch nicht die 700. Er sollte die 4.60 von oben verteidigen, das haben wir auch gesehen. Wir haben alles gesehen, was wir für eine positive Route beschrieben haben und deswegen müssen wir für den Montag hier jetzt eben auch Augenmerk auf die positive Route legen. Und das würde eben bedeuten, wenn unser Dax jetzt hier weiter oben rauszieht und eben nicht einbricht und kollabiert, sondern hier jetzt weiter hochzieht, wäre auch ein kleines Aufwärtskipps, wäre vollkommen erlaubt, würde er nochmal in die 600, 6.30 jetzt hier reinlaufen, vielleicht sogar auch ein bisschen zur Seite schieben und sich dann hinten raus über den Tag eben noch hochdrücken in die 700 und bestimmt sogar auch mal durchschnuppern. Also wenn der bis 7.60 im Erstkontakt geht, würde mich das nicht wundern, wenn dann alle bei 7.00 schon mit dem Shorter gegenballern oder schon vorher Shorter gegenballern. Und er sticht erst mal bis 67, das wäre in dem Ausmaß erlaubt, weil beim letzten Mal sind wir auf Tagesebene ja knapp an dieser Linie vorbeigeschossen. Es geht ja um diese Linie hier, ja. Da hat man hier drüber gesprochen, dass er da bestimmt sich einen dritten Kontakt holt und dann hat er da 50 Punkte vorher gedreht. Dadurch, dass er durch 50 Punkte vorher gedreht hat, könnte ich mir durchaus vorstellen, dass er jetzt eben einfach auch durchsteigt. Ja, also ich ziehe das mal hier ein bisschen besser auf, dass wir das nochmal sehen. Das ist ja der Tagesschart, den die Webinar-Teilnehmer erstellt hatten. Ich habe das jetzt mal ein bisschen in meinem Zusammengeführt, auch im Zwei-Stunden-Chart sind da jetzt ein paar Marken drin. Ich habe ja euch versprochen, ich hole mir das dann wieder zurück. Aber wir behalten erst mal die Analyse, so wie sie die Seminar-Teilnehmer gemacht haben, hier jetzt auch bei. Weil das ist aus der technischen Perspektive die richtige Herangehensweise. Also wir haben jetzt hier noch Platz bis zu dieser oberen Kante. Mich würde das nicht wundern, wenn wir das am Montag machen, einfach weil wir am Freitag alles bedient haben, was im positiven Szenario war. Ja, auch wer bei uns die Premium-Mails bekommen hat, dort haben wir eben auch ganz konkret gesagt, früh gleich, dass man nicht zu optimistisch ist, wenn der sich da hochzieht, Stops eng absichert. Ja, für den Fall, dass er doch nochmal deutlicher zurückgestoßen wird, weil er eben immer wieder zwischen 18.500 und 18.700 deutlicher zurückgestoßen wurde. Und das sieht man auch hier aus der Historie, das darf jetzt nicht so sein, dass man jetzt sagt, oh boah, das war jetzt so schwach, der hat das dann nicht gehalten bekommen. Denn der hat das schon ganz gut gemacht. Natürlich hat er ganz schön einen auf die Nase bekommen, ja, aber er hat ja die 4.60, er hat kein Tivostiv gesetzt. Er ist dann nicht hier irgendwie unter 4.20 oder so wieder drunter, sondern hat das wirklich da relativ genau gehalten. Wir haben auch zu dem Zeitpunkt hier unten nochmal ein Update geschrieben und haben gesagt, denkt an, der ist gerade noch, auch wenn er ein bisschen drunter steht, noch in der Verteidigung von der 4.50, solange er nicht unter 4.20 geht. Und da hat er sich dann gehalten und haben auch gesagt, wenn der jetzt dann wieder auftritt, 5.30, 5.75, das ist machbar und da ist er noch drin. Ja, und das könnte ich mir jetzt, wie gesagt, zum Montag gut vorstellen. Was sollte er nicht machen, er sollte jetzt nicht irgendwie 5.30, 5.70 reingehen und dann brutal in die Knie gehen, wenn wir zum Montag 4.20 unterschreiten und das noch nach 9.30. Geht hier nach unten das Risiko auf, weil dann taucht er in den Channel rein und dann ist es wirklich ein Fehlausbruch gewesen, aber auch erst dann. Stand hier ist es, ist er erstmal in einem positiven Szenario drin, um das jetzt zu kippen, brauchen wir Dynamik, wir brauchen Tiefs, neue Tagstiefs nach 9.30 und einen Unterbieten von 4.20 und dann kann er den ganzen Channel wieder nach unten zurücklaufen, komplett bis zur Unerkannte, kann er hinkriegen. Ja, wichtigste Anlaufstelle wäre wohl hier der Mittelpunkt um die 3.35, seht ihr auch hier gleich einen Durchschnitt und so ein Blätter, das wird für die wichtigste Stelle im Anlauf dann, ja, so dass man unter 4.20 auf jeden Fall noch bis 3.35 durchziehen kann, würde ich glaube ich nicht mal einen Teilverkauf machen, wenn man drunter geht, sondern eher auf die 3.35 dann peilen, aber er muss Schwäche zeigen. Bleibt er hier stark, bleibt er hier positiv, bleibt er über der 4.60, der hat das Zeug locker dazu in die 600 wieder zurückzusteigen und dann auch die 700 anzukratzen und durchzukratzen. Das kann er jetzt machen, wir sind jetzt im Juli, jetzt kommen langsam die schönen volatilen Zeiten wieder, also das ist durchaus machbar, ja, noch 3 Wochen und dann geht schon der August los, ja, gehen wir ins saisonal schwache Zeitfenster, also ein bisschen Action kann er vorher schon noch machen, ja, US-Wahl, das kommt auch bald, also es wird zunehmend wieder interessanter im Markt und von daher kann ich mir schon vorstellen, dass er sich aus so einem Seitwärtsgeschiebe jetzt hier langsam versucht, auch wie frei zu klagen und zu beißen und zu kratzen und wütend zu werden hier und es würde gut reinpassen, okay? Also, wir können abgrenzen, 4.50 bleibt weiterhin unsere wichtige Kante, das Einbrechen, Abdehnen nach unten tut dem erstmal nichts ab, ja, auch dem positiven Szenario, das ist vielleicht das Wichtigste, auch viele, die sehen jetzt die Tageskerze und denken, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, das ist jetzt hier brutal short, das kann es einleiten, ja, aber muss es nicht, muss es nicht und der kann da locker an der Kerze wieder nach oben zurücklaufen, ja, und das ist manchmal, das ist halt so eine Lehrbuchtheorie, das klappt nicht immer, ja, wichtig wäre mir, wenn er runter will, dann muss er jetzt hier unter die 4.20 wieder drunter, also unter den Freitag auch drunter, um da hingehen vorzugehen, dann kann die Kerze auch ausgespielt werden, aber wenn er jetzt einfach positiv zeigt, würde ich nicht short nur auf Basis dieser Kerze, nicht wenn er über 4.60 bleibt, würde ich nicht machen, das wäre mir zu riskant, dass der wieder in die 600 reinläuft und dann auch über die 700 rein spielt, dann wäre das nämlich jetzt hier tatsächlich die nächste Bärenfalle, wie wir sie hier schon einhatten und die ganze Flagge ja schon als Bärenfalle bezeichnet haben, dann wäre eine solche Kerze hier durchaus wieder als Bärenfalle zu verstehen und wenn er so viele Bären in die Falle treibt, dann fängt er auch oben ran rauszuplatzen, wenn er dann aus dem Trend rausgeht, ja, dann kann er richtig Gewalt entfalten, wenn er so viele hier immer wieder schief gedreht hat, da sollte man dann durchaus vorsichtig sein, okay, ich würde euch damit erstmal alleine lassen oder sagen bis morgen und damit wünsche ich euch viel Erfolg, gutes Gelingen, ja, und bis morgen, tschüss.